10 vor 1 bei Rockmore Music Radio. Deine Rockgarantie jetzt bei uns. School Radio Day! Geil. Ganz viel Spaß. Lehrreich, würde ich sagen. Arbeit. Ich würde mal sagen, ist mal was anderes. Also ich habe es bis jetzt noch nicht so gemacht und relativ viel lernt man dann doch und also auf jeden Fall cool. Vor allem aus einer anderen Sicht, weil das hier wirklich professionelle Leute sind. Mal gucken was der Tag noch bedingt. Und jetzt blinkt 182 mit all the small things. Und dann redest du nämlich direkt raus. Razorlight senken die Arbeitslosenquote. Das ist schon so ein bisschen wie Flugzeugfliegen hier, wenn man so die Knöpfe... ...bedient und ich glaube da kriegt der ein oder andere schon Herzflattern. Also bei mir war es zumindest da auch so. Ich finde es einfach super interessant so viele Schüler kennenzulernen, die richtig coole Radioprojekte in ihren Schulen machen und die unterstütze ich einfach gerne. Wer weiß wie Medien funktionieren, der weiß auch, dass nicht alles Gold ist was glänzt und nicht alles was im Fernsehen kommt stimmt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal.